hallo und herzlich willkommen zu diesem video ich möchte euch heute drei tipps mit auf den weg geben wie ein harmonischer start mit einem welpen aussehen kann ja also ihr habt euch entschieden ihr gebt einem kleinen süßen schnuckeligen hund die möglichkeit in euer zu hause und in euer herz einzuziehen ja aber was kommt jetzt auf euch zu ich kann aus eigener erfahrung sprechen leute als häsel und beijoux eingezogen sind das war schon ganz schön anstrengend ja die kleinen sind zuckersüß es macht riesen spaß aber sie brauchen auch sofort klare richtlinien es ist sehr verführerisch mit welpen zusammen zu sein weil die wickeln ein schon mal ganz gerne um diese kleine hundefote ich habe jetzt dieses jahr gelernt dass man auf jeden fall viel konsequenter mit welpen sein muss als das manch einer glaubt ich wurde eines besseren belehrt also diese jungen portugiesischen unruhegeister ja die schwirrten dann durchs haus und was die alles angestellt haben da waren so worte wie jetzt ist aber feierabend nein es reicht lass es waren an der tagesordnung deshalb jetzt von hier von mir drei tipps für den harmonischen start mit einem welpen lasst euren welpen erstmal in ruhe ankommen zeigt ihm sofort wo sein schlafplatz ist wo er sich zurückziehen kann wo er seine ruhe findet doch darf ihn auch niemand stören also dort ist sein platz alle familienmitglieder sollten darauf achten dass wenn der welpe sich zurückzieht dass er in ruhe gelassen wird also ein welpe braucht ganz ganz viel ruhe er braucht viel schlaf er braucht viel erholung weil all diese dinge ja die prasseln auf ihn ein und er ist manchmal reizüberflutet und jetzt komme ich zum zweiten tipp wenn euer welpe noch nicht stubenrein ist also sprich der macht immer noch groß und klein in die wohnung ins haus dann müsst ihr regelmäßiger mit ihm raus nach dem spielen nach dem fressen nach dem schlafen nach dem schmusen raus und am besten immer an dieselbe stelle passiert dann mal so ein missgeschick dann nehmt ihr einen lappen wischt es auf legt diesen lappen draußen in den garten oder vorne bei euch an der straße wenn ihr keinen eigenen garten habt und lasst den welpen immer wieder dort an diese stelle gehen damit er sich da lösen kann mit den unterstützenden worten fein pipi machen super damit er diese verknüpfung herstellt auf gar keinen fall schimpfen oder wie es manche leute immer noch machen mit der nase oder mit dem gesicht in den eigenen kot oder urin reindrücken schwachsinn absoluter schwachsinn also der welt braucht einfach viel zeit um sich daran zu gewöhnen dass das wohnzimmer keine toilette ist ja das geht nicht von heute auf morgen bei manchen geht es übrigens schnell die manche welt brauchen ein paar tage manche brauchen auch ein paar wochen und vergesst bitte nicht dass wenn ihr draußen wart mit eurem hund und der hat sich dann nicht gelöst und ihr geht rein und er pinkelt dann drin dann macht er das nicht aus protest sondern er macht es weil er draußen reizüberflutet war er hat so viele eindrücke gehabt dass er vergessen schlichtweg vergessen hat sich zu lösen deshalb denkt immer dran wenn ihr draußen wart und es waren zu viele eindrücke für den hund dass er dann wenn er reinkommt pinkelt wartet also draußen geht an eine reizarme umgebung damit der hund lernt sich zu lösen gut noch ein wichtiger punkt bitte versucht dem hund zu zeigen dass er nicht in eure hände beißen darf beiß hemmung nennt sich das das kann man üben also wenn er mit seinen kleinen welpen zähnchen da irgendwie in die in die in die hände in die finger rein beißt dann können die ein kurzes au oder nein aussprechen und dann wird er euch angucken so ganz verdutzt und ihr zeigt ihm ja deine zähne tun mir weh ich möchte dass ihr wisst dass wenn hunde keine beiß hemmung lernen dass die dann irgendwann auch bei fremden menschen vielleicht sogar bei kindern einfach mal zu feste zu beißen gut also bitte deutlich zeigen mit den zähnen bitte nicht in meine hände oder auch ins gesicht in die nase oder sonst irgendwo rein weißen das tut weh und achtet bitte darauf wenn der kleine oder die kleine bei euch irgendwie an der nase rumknibbelt und ihr zieht so weg dann kann das schon mal durch so einen scharfen welpenzahn echt so einen richtigen cut geben also bitte dem hund zeigen beißen mit den zähnen habe ich keinen bock drauf ja regelmäßige kleine spaziergänge kleine spaziergänge sind wichtig kleine bitte keine riesen touren wo der hund dann zur tante und dann noch zur welpenschule von der welpenschule noch zum nachbarn dann kommen die kinder noch vorbei die wollen auch noch mit dem hund spielen ruhe 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 das ist das wichtigste erstmal für so einen kleinen familienzuwachs achtet darauf dass er das richtige futter bekommt informiert euch dort im internet oder bei eurem tierarzt welches futter für euren welpen das beste ist und schmust bitte ausreichend mit eurem hund ja und zeigt ihm bitte auch sofort wo die grenzen sind sprich also du darfst jetzt hier nicht die ganze zeit irgendwelche schuhe durch die gegend schleppen das machen beige und häsel total gern und ich muss ihnen immer wieder zeigen das läuft nicht dürft ihr nicht weil das wird dann irgendwann zur selbstverständlichkeit dann sollten die hunde auch fremde also sprich gäste kennenlernen nicht nur immer eine bezugsperson oder zwei sondern konfrontiert die hunde bitte auch mit menschen mit denen ihr häufig zu tun habt auch mit anderen kindern das ist von vorteil später werdet ihr euch darüber freuen dass ihr euren hunden ja die möglichkeit gegeben habt verschiedene menschen kennenzulernen was ich auch noch ganz wichtig finde wird oft vergessen ist das handling mit dem hund also sprich das fixieren an verschiedenen körperteilen mal die foto anfassen zähne gucken ohren betrachten damit man wenn man zum tierarzt fährt der hund ist da leichter hat ja mal ruhig zu halten und mal abzuwachen das kann man schon mit welpen wundervoll üben ihr könnt so kleine beschäftigungsspielchen mit ihm machen ihr könnt schon mal auch ein leckerchen verstecken alles das was den hund auslastet aber übertreibt es bitte nicht auch nicht mit den spaziergängen ja also keine kilometer weit laufen mit so einem kleinen zwerg an der leine dann geschirr anziehen immer wichtig wenn er sich aus dem halsband raus zieht und ihr geht an der straße spazieren dann ja wie viele fälle hat es schon gegeben der hund zieht sich aus dem halsband raus ist gerade mal zwei tage bei den neuen menschen ob das jetzt ein welpe ist oder auch ein erwachsener hund dann ist das drama groß wenn der hund dann auf die straße läuft und wird an oder überfahren also bitte gut absichern gerade so zwerge erschrecken sich mal schnell wenn ein mofa oder ein lkw vorbeikommt ein hupendes auto da könnte ich schon mal schnell in panik geraten gut ja das sind erstmal so für mich die wichtigsten tipps die ich habe dann ja ach eine sache habe ich noch eine sache habe ich noch die ich auch wichtig finde wenn der kleine oder die kleine nicht alleine schlafen möchte könnt ihr den korb erstmal in der nähe eures bettes hinstellen ja dann schläft er erstmal im bett dann könnt ihr den wieder ein stückchen vom bett wegsetzen an die türe und so könnt ihr den hund langsam daran gewöhnen dass er irgendwann auch in einem anderen zimmer schlafen kann natürlich nur dann wenn ihr das auch wollt ja wenn der hund später älter ist und ihr merkt oh ich darf hier niemanden mehr ins schlafzimmer lassen und mein hund schläft immer im bett und jetzt habe ich mal besuch und mein hund knurrt dann den besuch an ja dann habt ihr eurem hund so viel freiheiten gegeben und das schon im welpenalter klare grenzen klare freiheiten und die zielstrebigkeit mit seinem hund gemeinsam ein wundervolles leben zu verbringen wenn ihr euren hund liebt dann sind alle wege auch erreichbar ich hoffe das video hat euch gefallen und habt ihr jetzt bock auf den welpen bekommen aber bevor ihr über einen welpen nachdenkt schaut erstmal im tierschutz nach ok bis dahin ciao ciao